Hallo und herzlich Willkommen zu meinem 17. Let's Play Leech of Legends. Ich spiele mal wieder AD Carry mit Lucian. Mit dabei ist Luca. Moin. Er spielt Lee Sin Support, Troll. AP. Ja. AP muss man... Ja. Dann haben wir einen Urenger im Jungle, einen Urenger auf Toplane und einen Chris auf der Midlane. Und wir spielen schon wieder gegen einen Draven. Wo ist der 6 Support, Junge? Ja. Und deren Rangr. Ah, wir haben so einen Rangr. Wir haben bei uns einen Rangr. Ja. Wo ist der Urenger Jungle? Ja. Wo ist der Arthrox Toplane? Ja. Wo ist unser Set? Ja. Der so schön gepusht hat. Aber trotzdem gefiedert hat. So von... Ich hasse ihn als AD Carry in Luca. Wen als AD Carry? Achso. Ah. Ja. Nasus als Toplaner. Ja. Wenn man gegen so einen Nasus mit so einem Tausender Stack spielen muss und... Ich hab letztens... Ich hab letztens auch gespielt, ne? Ich hatte einen 600er Stack. Das ist zwar nicht so viel. Aber... Auf jeden Fall... Hatte ich... Ich glaub... So... 720 AP... Und ich flash mich, ne? Auf ne andere Seite in der Wand und da steht auf einmal TR von... Ich mach einfach Q und der war weg. Aber einfach... Und jetzt? Einfach weg? Ja... Aber das war nicht mehr schön mit dem Nasus gegen den du auf Toplaner gespielt hast. Der hat in einer halben Stunde einen Tausender Stack. Ja gut, das will ich als AP Saiyan Troll machen. Vor allem, weil ich den zum ersten Mal auf AP gespielt hab. Da konnte ich nicht viel machen. Power-Kennschmelzung. Ah, ja, ja, ja. Das... Das ist von einem anderen YouTuber, ne? So hier jetzt... Ah, das ist... Jetzt tun wir schon wieder hier klauen. Ja, so muss das. Ja, so muss das, ne? Von anderen YouTubern mit mehr Abos schnell was klauen, damit wer selber... Damit du bekannt bist, ehrlich gesagt. So läuft das hier im Affentanz-Club-Ding. Kenick, yo. Du googelst dir erstmal was. Hm. Er googelt. Ähm. Ähm. So... Ja. Sollte passen vor den Items her. Komm schon. Ähm. Ach, du fängst jetzt mit dem Rat an. Äh. 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 Der bewegt sich so schwul. Hier modert etwas. Wo wird es das Gefühl? Lächeln. Man... Ich weiß noch, wo ich die Sinn gemacht hab. Das war immer lustig. War immer gut. 30 Sekunden bis zu... Jetzt treff ich keine Alte-Git-Yu mehr. So wie die letzten paar Gäste, die ich noch mal so gespielt hab. Siehst du? Oh, ist der Übung, Kenos. Guck mal, die fette Waffe von dem... Ich lächle. Oder? Ja. Und sie sagen, ich hätte einen makaberen Sinn für Humor. Das ist mein Freund. Aber das Gesicht ist voll cool gemacht. Siehst du? Wie man halt schon auf so ne Idee kommt, ne? Mit dem Gesicht so in den Riesen. Ich lächle. Was? Ich glaub, die fettere gar nicht ist das. Das Auge und das große Auge. In Ordnung. Ja. Ah ne, das große Auge ist in zwei Schüsse. Und sie sagen, ich hätte einen makaberen Sinn für Humor. Ne, eins, eins, eins. Nein, wirklich. Ich lächle. Nächstes Moment, guck. Macht da eine Auge mit dem Großen? Und dann? Ah ne, doch, ja. Stimmt, das recht. Ja. Ich glaub der große ist das große Auge. Schau nicht so drinnen. Oh. Eq, äh. Na, ich geh jetzt. Ja, ich geh auch. Ich geh auch. Ich geh jetzt gegen einen Draven-Hoop-Spiel. Ne. Die denken sich wahrscheinlich auch, Waaah, die Liesin-Support. Aber ich denk mehr Mechanics, yo. Ich denk mir so, Legs, yo. Oh, dieser Q. Ah, hier ist wieder ein AP-Aid-Carry-Farma-Am-Werke. Ne, die Luschen. Ging's eigentlich mal eine Zeit bei dir, aber... Du bist halt so der... Oh Gott! Ich hasse mich selbst. Du fühlst jetzt nicht eine Q. Trefft. Ich schlafe, wenn sie tot sind. Guck mal. Hut! Ich bin zu blöd zum Farmen. Mach den Farmen los! Danke. Ich habe ein Heilmittel für den. Ja, unterschätzt meinen 2%-Lifsteed, ich glaub... Natürlich unterschätzt man die. Warte, du hast auf den Hut wieviel? Ja, und dann hast du noch so auf der Dorans 3. Dann hast du 5. Gut. Oh, ich hab den Meni geschildet. Das Lane ist so broken. Gut. Oh, ich sollte aufhören. Die ganze Zeit von anderen YouTubern. Na, du weißt schon. Du, das ist kaum null von anderen YouTubern. Ich bin es jetzt gewohnt zu sagen. Ich find das so cool und so sag ich es die ganze Zeit. Nur bei mir hört sich das wahrscheinlich total behindert an. Und ich renne in den Speer rein. Du ein Genius. Ich bin kein Magier. Guck mal. Ist hier so ein... Oh, siehst du die Mechanics? Ach so. Hahahaha. Nein, jetzt hätte ich den Jump frei gehabt. Ich schlafe, wenn sie tot sind. Ich schlafe, wenn sie tot sind. Egal, wir fighten gleich nochmal. Hast du noch nie genug da aus? Äh, nicht los? Ne, hab ich grad auf Green Daily gemacht. Ja, hast du es nicht gesehen? Ich bin doof. Ich bin doof. Ich bin doof. Du bist kein Mann in den Knopf. Hier ist von dem Kopf. Na, vielleicht sollte ich falsch sein. Ich bin doof. Ich bin doof. Ich bin doof. Ich bin doof. Ich ziele. Ah, ich bin odpowiedet. Ich ziele. Das wäre jetzt richtig gut gewesen, hätte ich die getroffen und geklatscht, ey. Das wären solche Mechanics, Junge. Ich bin wenigstens einer, der seine Q trifft. Hä? Ich bin wenigstens einer, der seine Q trifft. Ja, mit Lucien. Kann man failen? Naja. So, geht, wenn die anderen halt rauslaufen. Jeder Schuss ein Treff. Trotzdem ist es nicht schon. Läuft! Kutsch mir! Oh! Ja, siehste, Bernd, ich hab die Mechanics. Ich wusste ganz genau, dass die da steht. Boah, die sind wieder fast geklatscht. Guck mal, er hat die hier nicht unten, ey. Dann wäre das jetzt... Schau nicht. Das kommt wieder von oben und dann gibt's Captain Quack zum Frühstück, Junge! Gut! Ah fuck, äh. Nein. Bitte nicht. Die Geister der Vergangenen. Ich muss das nicht so richtig lernen mit Farmen und dann fighten und so. Da bin ich noch nicht so optimistisch. Komm schon. Erschreit mich. Ey, cool! Ich liebe diese Supporter, die so Farmen undamagen, die man dann nicht mehr kriegt, ne? Kriegst du die nicht? Nein, du haust immer so low. Ich hab keine Chance zu reagieren. Jetzt krieg ich wieder. Nicht zu reagieren? Was? Bist du mich verarscht? Was ist das für eine Reaktion? Nein. Bitte. Ich hab mir Kuchen holen. Ah, ich merk's, Alter. Wer ist nicht dein Volker? Ja, lass. Aber hast du gesehen? Lass. Was? Was hast du gesehen? Bist du mal? Bist du nicht. Bist du nicht, Alter. Bist du nicht. Bist du nicht. Bist du nicht. Ich bin nicht. Bist du nicht. Bist du nicht. Bist du nicht. Ich brauche noch ein bisschen... Ich brauche noch ein bisschen Farben, Bernd. Ich brauche Level. Ich denke, this is how we roll, bitch. Bernd, wenn sie dich gleich diven will, ne? Spring hier rüber und gib ihr dickfett Kockschelle. Kock? Kock, ja. Kock... Nee, Draven. Ich bin so ein Lacker, ne? Du weißt, wenn ich gleich meine Ulti habe, fahre mich mit meiner Ulti und gehe um. Ja. Wer einkommt zu mir? Oh, in meine Reichweite, also kenn ich mich rüber. Oh, du bist so ein Spass, was kommst du nicht zu mir? Ich wollte dich reinrennen. So blöd. Fuck. So eine Hure. Juge. Oh, da bin ich bloß. Und du bist bloß. Junge, jetzt gibts gleich... Hier so ein schönes, schnickes Wort. Putz! Warum hat die die... Diese Bitch. So eine hässliche, Alter. Wie soll da bleiben, bis ich da bin und dann... Deliziös! Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen... Boop! Ein Verbündeter wurde getötet. Ah, nein, Alter. Ich schlafe. Ja. Du hast gesehen, wie ich sie weggebumst hab, Alter. Boop! Dann hat's die voll weggebumt, Alter. Der Bento ist auch im Glanz. Nämlich auch. Ich bin ja A-Pilis, denn. Ich weiß zwar nicht, warum ich das tue, aber ich will's einfach mal ausprobieren. Ja. Oh, fuck. Ja, schmaler sind sie. Sie haben die Hälfte nur noch von der Hit-Raid. Also halt, äh, von der Hit-Box, mein. Von der Raid. Fuck, ey. Scheiß, Alter. Die bekommen wir noch, die bekommen wir noch. Mein Ulti. Wer hat gewechselt? Fertig, nieder! Ich trau dich nicht zu fegeln. Da war nieder. Der Tod sollte das Ende sein. Nein! Was mach ich? Nichts ist kälter als der Tod. Sam! Ein Gegner wurde getötet. Ein Gegner wurde getötet. Renga! Du Hurensohn, Alter! Du Hurensohn, Alter! Wie halt nicht zu mir kommt, Alter! Ich kaufe mir jetzt erstmal mein Ding in Star. Oh! Alter! Hast du das gesehen? Nee! Hab ich nicht, aber... Boah, was hat das jetzt für ne Scheiß-Aktion von dem Lappenkram? Bernd, die Sin-Support ist echt OP, Alter! Ich hab keinen einzigen Pfarrer! Ähm, Diskin. Diskin. Krasse ist halt mein Shield, ne? Ich muss weiter. Nice flash! Nice try! You want to get me, bitch? Guts! Ah! Schöner Schaf! Die ganze Zeit! Es ist echt unglaublich! Nur eine weitere Leiche! Good Job! W- 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 A-P-Li-Sinn, Junge! Zieh dir das Schild rein! W- 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 Also wir wissen auf jeden Fall, dass der Renga da drin ist. Bumm! 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 Es ist einfach so gut! O! Schonweste, ist auch nicht zu ist! Make! Oh! Oder auch nicht! Einen Turm zerstört. Ach! Was zu... Ja, tut mir , jages muss ich Ende ilye und mich dann umbringen und dann ab Das läuft, Wenn ich tot bin, kann ich nur noch aufgar sein. Aufgefallen. Wenn du stirbst, bist du tot. Das war auch so genius. Komm, wir machen noch einen Let's Play Smile. Wir werden zu hart am Lappenhaftigkeit-Fieden-Sinder. Du, du, mein Deutsch ist gut, okay, korrekt. Wieso hat meine... 200? Ich geh mal mit Leidenhöfe. Fuck, ich hatte was auf den Desktop gehauen. Während ich ihn angreifen will, haut mich irgendwas auf den Desktop. Ist ja richtig geil. So und bumm. Okay, so. Ein Gegner wurde getötet. Butz. 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 Ja, ja, aber du warst nicht da, deswegen darf ich erfahren. Okay. trieb Lolo, kille. Butz! Flitze. Schau nicht so grimmig. Rot abgedert nicht. Verstehst du warum ich manchmal so vielmeinbrücher habe? Franiton schreibt gegen die Bot Lena. Warum auch immer. Ich will mal wissen, wieviel der mein Schild gibt. Ja! Oh, das ist schon ganz in Ordnung. Ich bin kein Magier. Ich ziele hoch. Ich habe keine Wards. Toll, jetzt habe ich den Backjump mehr. Danke, Bernd. Ich brauche noch einen Wardstein irgendwie. Ich meine Jumper. Boots, Junge! Ich kann den scheißen Speer reinspringen. Ahah Ahah Oh no, Boots Du, nur Fisch Du, nur Fisch Okay Du bist doch Boots Immer wenn es spannend wird, spawne ich gerade Geht er halt zurück zur Base, weißt? Mit der Kamera so Ah Hey, wo ist deren Draven, AFK? Ähm Deren Draven Da wurde gefütet und dann ist er glaube ich AFK Ja, kann sein Ist wohl möglich Ja Da hab ich gerade bestätigt War das gerade bestätigt Ahah Alter war das hart wo gay Ich muss weiter Uff Sie sehen sich Kann ich pushen oder? Ja, natürlich kannst du pushen. Kannst pushen. Bernd, ich hab meinen Ward-Stein. Das heißt, Escapes for free. Also ich sporte nicht, ne? Das muss ich gar nicht halten. Ja klar, kann ich auch ein Ward setzen, aber das ist eigentlich useless. Ah, ich glaub A ist die Outdoor, also wenn man A berückt, dann ist die Outdoor-Range. Ah, ja, ist sie. Ah! Ah! Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Blöde Speed-Schalter! Bernd, alles okay, ich wollte dir nur noch mal ein bisschen auf die Presse geben, hat keinen Bock dazu. Die will, die will ein Double, die will ein Double, Bernd. Aber, pass auf, wir, wir, wir haben die Mechanics, ja. Das heißt, wir machen das Viech jetzt, ne? Worden hier. Die Klappe für Magenfutter. So. Das meinst sie nämlich, nur noch du bist da, ne? Pass aber auf, wenn sie jetzt näher rankommt, dann gibt's Dickfett auf die Schnitzel. Dickfett auf die Schnitzel! Fuck! Ich bin so ein Noob! Ich bin so ein Noob! Dominions! Dominions! Oh! Irgendwie haben wir doch ein bisschen gefailt. Nein, wir doch nicht, ne? Oh, boah, ich komme weg. Die Geister der Vergangenheit. Ich hab ne 126 AD, Alter, was ist da los? Alter, schon so dann kein Assist mehr, was ist da los? Was ist da los? Ich stehe 321. 321? Ich stehe 321. Ich stehe 216. 216? Ja. Ja, Leute, da habt ihr es. Wo kann ich dir 216? Ich hab 610. Ich hab 610. Ich hab 610. Alter, Alter! Guck mal, ich stehe 221 und hab 610. Ja, 216. Nein, verstehst du es nicht. Nein, verstehst du es nicht. 216? Nein, Zehen. Da hab ich nicht dran gedacht. Bei meinem Gehirn ist 24 7 auf K. Ich geh mir jetzt erstmal was freckeln. Bleib tot. Da hab ich nicht dran gedacht. Ich bin außerdem 24 7 auf K und geh mir jetzt erstmal was freckeln. ja, ich bin mal kurz kacken. Ja, ich bin mal kurz kacken. Bis später! Weißt du noch?! Timon. Ich bin mal kurz kacken. Bis später. Oh Gott, Alter. Du hast mehr Farben wie AD. Ich hab mehr AP wie du AD, Junge. Oh, ich hab nur ein AP-Item. AP-2. Gut. Gut. Bernd, wir müssen die trollen, guck. Du, wir müssen die trollen. Die haben nicht so die Mechanismen wie wir. Guck. Guck. Warte. Wir werden jetzt... Jaja, den würde ich auch haben. Guck, wie ist dieses Eis kann ich wissen. So, und jetzt ist sie bei ihrem Arsch. Bumm. Er hat sie sucht. Warum ist der Nasus? Siehste, wie ich sie outplayed hab. Sie haben nicht gemerkt, dass sie einfach da durchlaufen. Sie haben es nicht gemerkt. Ne, ohne Scheiß. Sie haben es echt nicht gemerkt. Wir wollten einfach nur mich haben. Ja, das glaub ich auch. Vor allem, weil ich glaube ich es sogar... Ihr Team hat einen Turm zu stehen. Mich interessiert es nicht, weil ich dann das Gefühl hab, Oh nein, ich werde wieder sterben. Ich glaub wir sollten auch mal fighten gehen oder? Landingface hat begonnen. Okay, die Lane-Phase ist gerade angefangen. Ja, ist gerade vor allem. Wir sind gerade vom Bloobab wieder weggegangen. Ja. Dem Jungler zu helfen. Natürlich. Jaja. Jeder Schuss ein Treffer. Und jetzt sind wir. Wir helfen sogar dem Jungler. Oh, dieses Wort, Alter. Das ist so gut. Ich hab den Draven überfarmt. Ach, schön. Ich glaub mein Team hat immer noch nicht gepickt, dass ich AP spiel, außer Bernd. Kriegt doch hoffentlich keiner. Jetzt werde ich wieder geflamed. Nein. Aber komisch, dass sie ihn irgendwie nicht getroffen hat, ne? Oh mein Gott. Ich glaub irgendwie das verlieren wir dann doch noch irgendwie komisch. Weil ich wieder nicht... Ihr modert etwas. Ich brauch gleich erst mal meine Arten. Ich hab die Gegner-Mode getötet. Ohne die läuft hier gar nix. Gar nix. Schau nicht so grimmig. Hm, was mach ich jetzt? Guck mal. Guck mal. Die rechnen gar nicht damit. Was ist das? Soll ich immer keine Klappe? Und hier wieder ein Wort hinstelle, damit ich einfach... Guck. Guck. Was ich kann. Guck mal. Boots. 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 Hm, nein. Bitte nicht, bitte nicht. Ach, weißt du was? Guck mal, was ich kann. Boom. Die wollen's auch nicht blicken, dass ich einfach der bessere Spieler bin, ne? Oh man! Guck mal. Die wollen mich verarschen. Ja! Hast du gesehen, wie weit ich geflogen bin? Jaa! Mann, ich darf nicht mehr alleine rumrennen, hab ich gerade gemerkt. Nee, hast du das auch auf Video? Der Team hat einen Turm zerstört. Das sah mir schon voll behindert aus. Man, ich brauch endlich meinen Sonja. Ich muss... Mir fehlen noch 500 Gold, Bernd, willst du schnell einen Baron Drang machen? Klar, easy. Ratsch, ich bin in 30 Sekunden wieder da. Oh, shit. Er ist geschafft, Alter. Oh, Fizz ist der Ober-Push-Pro. Du hast keinen Mund in den Knochen. Gehst du Bot-Lane, Luca? Ich geh Midlane. Ich fühle, ich geh Bot-Lane. Ich war doch auf keinen anderen Lane, glaube ich. Außer einfach kurz auf Mitte. Ja, unten ist Jungel, aber es ist keine Lane. Jungel ist keine Lane. Es ist einfach eine Position, es ist keine Lane. Ihr versteht's aber nicht, oder? Gut. So witzig aus, wenn man so komisch mit Lucien Auto-Tag ist. Ich wollte ja nicht mehr alleine rumrennen. Ich komm Bot-Lane. So, ich muss noch ein paar machen, dann geh ich Base. So, ich geh Base. So, mischt ein Sonjas. Und nach meinem Sonjas hole ich mir Stiefel der Wendigkeit, denn wer wendig ist, ist wendig. Ja, ich werd schon so failen. Ich werd mit ihr... Ich setz... Ich will ein Board setzen, um wegzujumpfen. Und das macht aber ein Sonjas. Ich... Ich sieh's schon kaum. Wir brauchen mehr Särge. Na, du rennst wieder wie so ein cooler Vogel. Mit deiner festgestellten Kamera. Das ist immer noch drin, oder? So, weich aus. Klar, musst du mitlenken. Ich habe ein Heilmittel für dich. Ich versuche jetzt einfach durchzukuschen. Kannst du das deffen? Gegen Nenila, ja klar. Aber... Frage ist, ob sie Bock hat, eins auf... Yo, okay, okay. Ich bin wieder mit. Na, du bist hier weg! Das wird zu verschen. Man! Oh, Scheiße! Das macht so keinen Spaß, ne? Diese Sonjas. Alter, das hättest du sehen müssen. Ja, Nasus ist so dreckig OP, ne? Das ist Nasus. Du kannst nicht escapen. Ich hab geflasht, ich hab gehealt, ich hab geehlt, ich hab geklingelt des gestürzten Königs. Ich hab geklingelt des gestürzten Königs. Ich hab nicht verweht, ich hab meinen behinderten Vogelmove gemacht. Wenn er jetzt gleich in den Busch reinkommt, bin ich am Arsch, aber ich hab ja die Mechanics hier so, kurz. Ich kann dann aus dem Busch-Badz. Braucht noch ein bisschen Geld, ne? Also. So, es fällt mir auf, ich hab genug für meine Schiefelderbändigkeit, damit ich wendig bin. Was? Junge, ich war im Shop, es musste mich töten. Die Snitch. Ich hab sowieso das Gefühl, dass wir das verlieren. Wir verlieren das doch nicht. Guck, wir haben ein OP-Team. Full-AD Rengar. AD Carry Lucian. Full-Tank Rannackton. AP Fizz, ganz normal. Und ein AP Lissin, auch ganz normal. Ich schlafe, wenn Sie tot sind. Ach, da will ja auch. Ach, der Fizz hat's auch mal gemerkt, dass ich AP spiele. Sweet. Jeder Schuss, ein Treffer. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Niemals. Die Geister der Vergangenen Gang. Ein Gegner wurde getötet. Doppeltötung. Ein Verbündeter wurde getötet. Ich glaube, der wird nur was freckeln. Ich schlafe, wenn Sie tot sind. Alter, wir haben schon wieder 10 Uhr das Nerf so. Die Zeit vergehen, Tübe. Ah, nicht ein Bluestar. Was? Warum muss der Brubuff so stark sein? Der Gegner wurde getötet. Die Geister der Vergangenen Gang. Ich konnte einfach gar nicht. Ich wollte endlich auf dich wieder zurückchampfen, aber du warst nicht da. Oh Mann, das macht so kein Spaß. Es ist ein Nasen, so ist den kann man nicht aufhalten. Was macht der, Alter? Ich guck, wie wir das noch verkacken. Wir kacken doch nicht, wir gewinnen. Siehst du es nicht? Ich komme, sie ist an den Hut. Ich bin kein Magier. Ich ziele nur kurz. Die Kombo, Junge. Die Kombo. Nimm mich mit. Ich brauche nicht meine Q-Fail. Komm schon. Erschrecklich. Dies ist. Das ist aber doof. Nichts ist kälter als der Tod. Nichts ist kälter als der Tod. Erde zu stark. Das ist das. Ich schlafe, wenn Sie tot sind. Ich bin jetzt OP. Scheiße, ich schaffe die nicht. Ich wollte mir eigentlich gerade ein Schild geben, aber... Ich schlafe, ich schlafe, ich schlafe. Ich schlafe, ich schlafe, ich schlafe, ich schlafe. Doch, kannst du was hören? Du kannst auch später reden. Ich bin kein Mario. Ich ziehe. Ich schlafe, ich schlafe, ich schlafe, ich schlafe. Ich schlafe, ich schlafe, ich schlafe. Jetzt kommen die Trollmechanics. Wer in der Nase oder so von den... ...endaged. Ich glaube Deutschland führt 1-0. Nichts ist kälter als der Troll. Oh! Ja! Haha, der Bekanis! Ich schlafe, ich schlafe. Ich schlafe. Ich schlafe, ich schlafe. Halt die Nase auf vom Weg gehen! Nein! Zu spät. Du Noob. Du Noob, alter. Ein Verlündeter wurde getrunken. Das war ok. Hm. Was hier verlieren? Das können wir eigentlich easy noch gewinnen, man. AP Lee Sin? Kennst du die Mechanics nicht? Oder bist du... bist du so ein Noob? Du kennst gar nichts. Ja, naja, wird halt mal eine etwas längere Folge. Ich bin ja 1870. Boots! Was soll's? Ich hätte jetzt gerne den Dragon. Ich hätte jetzt gerne den Dragon. Ah, das ist ein Snack für Zwischendurch, Junge. Den mach ich immer noch mal. Guck. Ich fighte ihn jetzt so. Ich fighte den. Ich fighte den. Ich fighte den. Jetzt pass auf. Ich lock ihn. Ich lock ihn. Ja, ich lock ihn. Und dann kommt der zu mir. Wieso? Und putz! Und boom! Junge! Ja, war nice für mir, aber... Erwartet man ja nicht so alle Tage so solche guten Aktionen. Gut, ja. Gut. Dieser Flash war echt nicht okay. Hab ich doch gesagt, Alter, wir gewinnen es noch. Aber nein! Äh, ich bin behindert und glaub's ja nicht. Ein Gegner wurde getätet. Euer Team hat einen Ton zerstört. Hoah! Alter, hast du gesehen? Bernd? Hast du mein... Hast du mein Zonias gesehen? Oh, das war so gut. Oh, Alter. Die Minions! Die Minions! Die Minions! Ja! Putz! Fuck! Mein Kick macht... Nein! Ich würd' sagen, stopp! Das Erzengels wegen meinem Mana-Pro-B. Nein, Spaß! Ja, ich konnt' nicht. Ich bin AP. Ja, ich konnt' nicht. Ja, du bist blöd. Du bist scheiße. Biss'n Loop. Du bohrt' dich. Was wollte der Draven eigentlich da gerade? Was war seine Mission? Der fangt... Der schießt nur noch seine Ulti. Ja, so'n Jinx hatten wir letztens doch auch mal. Ja? Ja, du musst doch essen gehen. Hat dann aber zu runter geschossen. Oder warst du überhaupt dabei? Nein, Leute. Na, ich weiß nicht. Die Leute, tut mir wirklich leid mit den Soundbox. Aber jetzt die Ausnahmeabdricken. Nein, nein. Ah gut, dann müssen sie halt noch die letzten 700 Minuten durch. Ich kann aber eigentlich den Ton ausmachen. Nein! Was kommt der Nasus, Alter? Winions, Winions! Jetzt kann ich mir meine Dinge zerstören. Ich guck mal, ob ich Solo-Burl empfasse. Oder ich könnte eigentlich Backdoor mit Glanz. Ja, du bist sowieso in ADC, du kannst je oder so oder so was pushen. Ihr Team hat einen Turm zerstört. Apropos Bernd. Äh, mir bin ich uns süß. Äh, ich hab mal die Tage. Schau nicht so glücklich. Ich glaub, der Nasus ist auch noch gerade so. Mhm. Könnte sein, ob wir bei einem Nasus. Fuck! Ich wollte X-Pack hier! Der will X-Pack hier, Junge. Warte, ich versuch mal, Solo-Burl machen. Was macht der Fiss? Noo! Doch! Noch 3000 HP! Ich schlafe, wenn sie tot sind. Ah! Du Spaten! Nein! Hast du gesehen, wie ich ihn getrollt hab? Die ganze Zeit weggesprungen, alter! Good Job, Bernd, Junge! Applaus, Applaus hier! Der ist Push! Oder du bist Noob! Der hat sich easy weg, der Junge! Mein Ward ist so perfekt, alter! Wollte ich eigentlich mein Furling benutzen. Ähm... Renne? Äh, nein. Einfach nur so, um rüberzukommen. Und dann Expeckel zu machen. Was macht jetzt Hanekton? Ihr habt einen Gegner getötet. Es ruft etwas in der Nacht. Jungen, dieses Wort meee. Jeech. Wuhh, nice game! Wuhh, nice game! Mein Ward macht's, Junge! Barrel and War Mir hat's verdammt viel Spaß gemacht, war witzig Nasus regt auf und der ist OP Scheiße AP Lee Sin New Meter, würd ich sagen Ja, und Ciao, bis zum nächsten Spiel Let's play League of Legends Fail egal, tschüss!